diese kätzchen möchte ich euch zeigen wie die gemacht werden also bis gleich für dieses kätzchen brauchen wir also wolle ich möchte hier wo das bordeaux ist in weiß und aber weiß ist in dieses turkise das ist jetzt eine wolle die ist dünner also wird diese katze auch kleiner dann ausfallen die beschreibungen die ich habe die ist immer gleich kommt immer einfach auf die wolle drauf an wie dick sie ist dann brauche ich noch augen jetzt muss ich mir mal gucken welche ich hätte die hier gerne aber da muss ich immer sehen wenn das fertig ist wie sie wirken dann habe ich eine fertige nase die ist jetzt drauf gestückt ist ganz einfach ist und so ein dreieck und was ich auch jetzt mal ausprobieren wollte die hatte ich mir jetzt mal gekauft sind die die wimpern wir schauen mal ausprobieren wie die aussehen ok also dann fangen wir damit an oben wollte ich ja weiß ok hier ist meine anleitung der kopf da fangen wir an mit dem faden ring so ich brauche aber erst mal anfangen das ist also um den finger rum da holen wir den faden und den sechs feste maschen jetzt machen machen wir den aber hier erst fest und jetzt sechs zwei drei vier 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 war ich fünf sechs jetzt ziehen wir den hier zu dann haben wir unseren faden jetzt brauche ich einen kontrast faden noch nehmen wir den da so den lege ich jetzt hier rein damit ich weiß wo anfang und ende ist jetzt kommt in jede feste masche zwei immer der anfang die erste masche immer locker halten sonst kommt er da nämlich so schlechte rein also 1 2 und in die nächste wieder zwei und so weiter dann kommt in die nächste zwei in jede zweite zwei und so weiter bis hier und die neunte und bis zwölfte bleibt dann wird zusammen gehäkelt also bis hier mache ich schon mal und dann zeige ich das zusammen häkeln dann sieht man auch schon mal der unterschied wie das die größe ok jetzt habe ich hier zugenommen bis hier zu der zwölfte reihe und jetzt steht hier weiß weil ich hatte ja hier mit weiß also mit den anderer farbe und da wollte ich ja dieses türkis nehmen also hier die letzte masche ziehe ich jetzt nicht durch legt ihr mein gedächtnisfader nach hinten nehme die andere farbe und ziehe damit hier durch die nach hinten die erste das erste stäbchen lasse ich gehe in der zweite rein und mache da zwei eins zwei jetzt habe ich die farbe gewechselt hinten ziehe ich noch einmal fest so ok dann habe ich die sechste siebte zusammen also zwei habe ich drei vier fünf und jetzt die sechste hol ich und die siebte hol ich und ziehe die zusammen und so mache ich das jetzt wieder 1 2 3 4 5 und die sechste und siebte und ziehe die durch und so mache ich das bis zum schluss dann der fünfte 6 dann der vierte fünfte der sechste nichts und so mache ich bis der kopf dann fertig ist wird dann hier mit watte gefüllt und der rumpf ist genau selbe wie der mit der kopf bloß das war ihr eben müsste gucken wie weit ihr zunehmt und hier hier ist einmal jede zwölfte 2 und dann bleibt wieder und dann wieder zusammen und hier habt ihr auch wieder zusammen seht ihr der computer auf vollbild und dann könnt ihr das wunderbar abschreiben dann kommen die arme dran ok das machen wir jetzt zuallererst jetzt habe ich der kopf fertig der rumpf weil das ist eigentlich alles dasselbe bloß dass ich das ein bisschen zu und abnahme ändert seht ihr das ist der kopf das ist der rumpf dann habe ich einen ärmel schon mal und ein bein armel ist auch wieder dasselbe und hier steht hinterer masche einstechen also ich habe jetzt das bein bis hier und jetzt kommt hinterer masche einstechen das wollte ich euch noch zeigen was ich damit meine also der gedächtnis faden nach hinten und ihr nehmt hier eigentlich einen faden nach licht flackern ist so seht ihr das wäre jetzt nicht der fall hinterer also in der hinterer masche einstechen da in die hinterer und die vorderer links liegen lassen einfach liegen lassen so einfach rum das gibt denn der abschluss vom fuß unten ich zeige euch das seht ihr immer hinten rein stechen und nachher die nächsten reihen wieder voll dass ihr alle beide nimmt ja weiß ich nicht seht ihr das hier bei dieser farbe hier kann man es vielleicht besser sehen seht ihr da das wäre denn das das untere teil der fuß und denn ist hier die sagt dieser abschnitt da wo denn hier das ist die vorderen die sieht man denn in die hinteren da hat man ja reingestochen gestochen so dann machen wir so ein beinschnitt fertig dann wäre das fertig der schwanz ist genauso den mache ich auch so ja und dann der ohren zeige ich okay das fangen wir jetzt so mal an seht ihr dass die arme und bisher hier habe ich weiß geschrieben da hatte ich aber dieses turkise und die hauptfarbe war weiß dann müsst ihr dann immer gucken welche farbe ihr habt das bein und hier hat sich nicht 18 cm feste maschen mit ohr zeige ich euch noch ja und der schwanz ist auch viel hat andere auch ganz einfach und dann sehen wir weiter jetzt habe ich das öhrchen fertig arme die beine augen öhrchen zeige ich euch noch mal das ist auch ganz einfach da wird mit weiß habe ich hier geschrieben weil ich ja hier weiß hatte also muss weiß jetzt turkis sein fadenring vier feste maschen und dann jede zweite also in jede feste zwei rein sind denn acht dann mit weiß fertig machen die hauptfarbe das war ja hier dieses dieses bordeaux aber das ist hier dieses weiße dann in jede dritte geht er geht noch einmal in jede feste masche zwei sind 16 und für den fünften bleibt 16 dann haben wir so einen kreis den mache ich jetzt gleich zuerst und zeige euch wie er den annäht jetzt habe ich die schwänzchen fertig und damit er schön biegsam ist habe ich so einen pfeifenstopfer den schneiden wir jetzt hier ab so mit so einer zange und der wird jetzt hier hinten angenäht und dann lässt er sich schön biegen mit pfeifenstopfer anstatt mit nur alles in watte dann habe ich hier habe ich ja gezeigt diese künstliche wimpern die nähe ich die nicht nein die klebt die klebe ich jetzt hier oben dann dran ok jetzt mache ich erst mit öhrchen fertig jetzt habe ich die schwänzchen angenäht die ohren und die wimpern angeklebt sind richtig süß aus sind erst einmal habe ich das versuch habe ich uns so gesehen und gefühlt mir so gut so jetzt mache ich noch ein schnauzchen ich wollte ja eigentlich diese fertigen hier dran aber man muss halt immer erst fertig sehen das ist zu groß das gefällt mir nicht also mal stecke ich wieder eins drauf dran und zwar hier grad und denn hier in der mitte runter wieder hoch und jetzt ein paar mal rauf und runter hier bis das so eckig so dreieckig ist wieder hoch und hier oben gerade linie ist natürlich so und das jetzt sich mal so dass da dann hinter nacht nicht flackere nicht was soll das so immer so rauf und runter okay das mache ich jetzt jetzt habe ich mein kätzchen fertig und jetzt seht ihr auch mal was das für ein unterschied ist wenn ihr an der garren nimmt das war hier dickeres gar seht ihr und das ist dünneres garren das ist so sockenwolle habe ich genommen die war schön weich und die hat mir so gut gefallen und hab gedacht probiert sie das mal aus die anleitung ist genau dieselbe bloß eben dass diese wolle dünner war wie diese jetzt zeige ich euch das hier noch einmal ihr könnt ja der computer auf vollbild und abschreiben es ist immer im prinzip immer grund dasselbe der fadenring und dann zunahme und hinterher abnahme das ist der kopf der rumpf und das hier gehört noch zum rumpf dazu dann kommen die arme beine und die ohren so seht ihr auch und oben noch der schwanz so okay das war's denn mit die wimpern sieht richtig süß aus muss ich noch öfters ausprobieren und wenn es euch gefallen hat geben zu uns einen daumen nach oben und über jedes abo würden wir uns freuen bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal